Servus die Mädchen, Servus die Buben! So, aber jetzt wieder schön brav auf Hochdeutsch. Ja. Ja, grüßt euch! Diesmal ist meine Wenigkeit dran. Genau. Und vermutlich... Der Nick hat die Güte von mir erfahren, das Spiel spielen zu dürfen. Ich verneige mich von der Dame. Okay, hör auf zu reden und zu essen und spielen. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Oh nein! Es kommt auf mich, too. Toller Effekt. Nein! Aber die Tape geht immer noch nicht. Egal, weiter. Das ist mein Papa! Komm und sieh! Nein, ich will es nicht sehen. Nein! Scheiße! Da klapperts! Da klapperts! Ja eben, da klapperts! Verpiss dich! Oh! Kleid zwei! Oh Gott! Jetzt haben wir schon zwei! Oh! Du hast Zwillinge! Das ist bis knack... Oh oh! Ich bin ein Zwillinge! Ich weiß das! Puh! Hallo Schweinchen! Hier um gucken! Nö! Doch! Ja! Ja! Ein Moment! Die Grafik oben! Ein Moment! Schau mal kurz auf! Schön, dass es uns jetzt einfällt! Grafik? Eins, drei! Schau! Wie schaut so dunkel aus! Ja! Mach so! Ja! So weißt du! Okay! Back to the future! So! Die ist unter Glas! Ja! Tut dir nix! Oje! Wie kann man nur? Wo hast du es eilig? Wie kann man nur? Das ist... Ameisenbär! Ja! Ameisenbär! Ja! Ja, sagen wir das! Da hängt sogar noch eine Ameise dran! Sehr witzig! Ui! Und das sind die alten Türen! Das sind die alten Türen! Ja genau! Die selben! Ja! Ja, Monster! Komm nur auf mich zu! Was ist das da hinten? Neule! Sehr spannend! Mu! Ah nein! Das ist nur ein Nadel! Ja! Schaut interessant aus! Bänkchen! Gehen wir mal zur nächsten Tür rein! Es ist kalt draußen! Hallo? Ganz aufmachen! Ja! Dann passt dein dicker Arsch auch durch! Yeah! Moment! Nicht die Couch kaputt machen! Hallo? Da gibt es keine Garantie! Oh! Cool! Nimm dir eine mit! Zur Sicherheit! Ja! Ja! T Stamp! Ja! K самом das nicht wie ist? Hm, knack! meinexistelt! Das Mann fert Wir werden es klar, Professor. Aber erstens, einen Drink. Nein. Man kann es nicht greifen. Oh je. Oh je, oh je. Servus. Aber irgendwie hat es da immer noch Schritte, oder? Ja. Hey, da war noch ein Dingsbums... Ein Tongerät. Nein, da hinten rechts der. Achso, da. Achso, okay. Nix. Hey, wo ist mein Ball? Hallo? Den hast du... Der steckt da ab. Gut. Okay. Gut geparkt. Jetzt sind wir von da gekommen. Nein, wir sind von da gekommen. Ja. Genau. Hauptsache jetzt hängt der da im Korb drin. Nix mehr mitnehmen. Ja, dann nehmen wir halt eine weisse Kur. Alles gut. Na 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 na... Ja, natürlich. Okay, Moment. Balsam... Mados. Madness! Das ist ein Sparta. Wer sind du? Wo sind meine Kinder? Trapped, Mados. Farbe Hochbein uns. Die Maschine ist verbrüllt, sie wurde verrogeriert, sie ist flogged. Die Volkärche sind verdammt. Die Kinder sind stark. Du schaust beschissen aus, Junge. Wo soll ich gehen? Hallo? Hallo? Und dass wir das Telefon nicht gefunden haben, das war nicht unsere Schild. Das Teil schaut nicht aus wie ein Telefon. Dann waren unsere Kopfhörer falsch eingesteckt. Genau. Es hat nicht genug geleuchtet. Genau, und das ist für mich der Hauptfaktor. Es schaut nicht aus wie ein Telefon. Genau. Und das Spiel hat uns zu wenig Hinweis gegeben. Noch einen Tittentroller. Ja, aber definitiv schon wieder die gleiche. Wieso? Wieso? Für mich ist es nicht langweilig. Ist jetzt Pause oder wie? Hm? Wenn ich jetzt was am Lesen bin, ist Pause. Ja, das Spiel ist passiert. Gut. Dann gehe ich nämlich pissen. Mhm. Das ist ja der Witz. Da habe ich immer ein Witz gemeint. Ja. Stimmt, ja. Du kannst aber gemütlich lesen da, was du jetzt hast und dann muss warten. Und dann... Das kannst du doch keiner bringen. Ja. So. Ähm. Ähm. Oh. Kein Plan von nixem. Oh. 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 Ich besteige den. Pst. Pui. Pui. Böses Niki. Was? Was? Oh ja. Äh. Wenn das denn Omi sehen könnte. Meinen sie schläft friedlich. Mhm. Ähm. Oh. Touch me if you can. Nö. Natürlich nicht. Ja. Super. Und schön das... Da? Ey. Was ist das? Oh je. Oh. Ein Bart. Ein Bart. Mit gebleichten... Und ein... Cola... Glas. Kohle Glas. Mit Zähne. Oh nein. Ey. Bild. 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 Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich nicht? Ja. Cool. Jetzt kommt der gleiche Monster. Blut. 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 Ja du bist im Arsch. Nein Bart. Brutwörtlich. Rechts kurz. Rechts kurz. Achso. Na gut. Danke. Hier. Hier. Zweite. Ja. Zweites Gedingselteil. Uhrzeiger sind drehen. Ja genau. Längs. Ah ja. Mein links. Ah ne. Okay. Sorry. Ja. Was ist das? Schön das wir das gleich fragen. Schon. Das schaut mir aus wie... Ketchupfabrik. Ja. Ja. Ah. Da. Ah. Okay. Wozu? Super. Wozu ist das? Ja. Das heisst den Fall ähm... Leichen suchen und reinschmeissen. Ja. Also... Hallo? Lampe. Okay. Das war vorhin noch nichts. Nö. Nicht gut. Hey. 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 Auf jeden Fall was ich sagen wollte. Jemand hat hier gebadet. Dann... ging die Tür auf. Jemand... Also der wo gebadet hat oder die... Ja genau. Genomen. Geschlachtet und dann... Tot aufs Leuterband. Und so. Und überhaupt. Danke für diese tolle gute Nachtgeschichte. Ja. Achtung! Viech! Verdammt! Nein! Weg da zu! Tür zu! Ja! Tür zu! Danke. Gerne. Und jetzt ähm... keine Ahnung. Ich würde hier eigentlich auch nur gerne die Tür zumachen können. Hm. Das sind so Schweine hier. Ja. Die dürften eh keine Türen aufbekommen. Schon. Keine Ahnung. Das war eine Vermutung. Ja, das war bei mir eine Frage. Ich begegne so vielen Schweine, Monseigneur. Ja, immer doch. Ich frag sie ja täglich. Kannst du Türen aufmachen? Oh. Ja, das ist dein Schalter. Nein! Nö. Nein! Verdammt. Zurück zum Vieh! Zurück zum Vieh! Zurück zum Vieh! Schon. Ja. Da hinten gibt's nichts mehr. Schon wieder Blut. Wuuuuch! Wir sehen uns jetzt nicht mal das. Wir sehen uns, noch mal was. Wir sehen uns. Wir sehen uns nun auf dem Hintergrund. Wir sehen uns. Wir sehen uns auch. Bist du schon mal? Wir sehen uns eben. Wir sehen uns nach. Das ist eine Wunderschöne. Ich kann bald nicht mehr essen, bin vorgestopft. So. Muss spielen. Folge der Blutspur. Es kann nichts passieren. Ja, Tür auf. Aber da hinten ist aber auch offen. Okay, geradeaus. Lieber zuerst da nachschauen. Da warst du schon. Ach. Ja. So. Okay. Ich glaube, hier geht's raus. Ja schon. Ja. Bitteschön. Toll. Blut. Zu. Tja. Nö. Das ist nicht Assassin's Creed. Nein. Leider. Okay. Keine Ahnung. Aha, dafür sollen jetzt die anderen Türen offen oder wie? Nein. Das kommt mir manchmal so vor wie da doch. Das kommt mir manchmal so vor wie das Labyrinth. Das war früher mal so ein Spiel. Da haben sich die Wege auch immer mal wieder so geändert. Ach so. Mhm. Fies. Absolut. Absolut. Bonke. Absolut. Don. So. Oh. Bonke. Nein. Wieder zu. Nein. Du bist so. Du hast nichts. Du hast nichts. Alles nichts zu tun. Oh. Gehst du rein? Bin ja schon drin. Okay. Jetzt bist du in der Mitte von diesen ... Natürlich geh in die Mitte. Bänderdingern. Sicher? Mach einen auf ... YOLO. He's coming. Come on, Daddy. It's this way. Ah, doch bist du. Laufstampe! Hä? Wand. Ah, okay. Gut. Oh, interessant. Okay. Dicke! Ah, Tür! Nein, äh, weiter. Schneller, 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 schneller. Eine Maske. Er verliert da immer seine Masken. Ich habe ein Ei gefunden. Guck, mein tolles Ei. So. Es hat irgendein Vogel geschissen. Oh. Bum, Hirnschlag. Yeah, pudum. Wadusch. Wir haben den Tumor besiegt. Der Patient ist tot. Äh. Hier. Hallo. Scheiße! Mein blöder Schmappelarsch. Echt, bist du dick für die Welt. Ja, das stimmt.